Hallo, in diesem kurzen Video zeigen wir euch, wie ihr die Vorfilter bei der Wasserfilteranlage ASX von Aquasave ganz einfach und schnell auswechseln könnt. Die Aufnahmefähigkeit eurer Vorfilter ist begrenzt. Schadstoffe können irgendwann nicht mehr aufgenommen werden und deswegen wird ein regelmäßiger Vorfilterwechsel empfohlen. Wir schließen zunächst die Wasserzufuhr am Kaltwasseranschluss und öffnen die Armatur für gefiltertes Wasser, um den Druck aus der Anlage zu lassen. Abschließend ziehen wir den Netzstecker. Unser Tipp, holt die Anlage aus dem Unterschrank hervor und setzt sie auf ein Tuch oder eine Wanne, um einfacher an den Vorfiltern arbeiten zu können. Wir öffnen den Deckel über den Magnetverschluss und ziehen die Platte nach oben heraus. Unser Tipp, wir entfernen vorsorglich den Schwamm aus dem Aquastop, damit dieser beim Filterwechsel nicht auslöst. Wir empfehlen, die beiden Vorfilter nacheinander zu wechseln, um nicht mit der Anordnung durcheinander zu geraten. Wir legen uns vorsorglich ein Tuch unter die Vorfilter und drehen jetzt den Carbonblockfilter um 90 Grad nach links und ziehen ihn vorsichtig und leicht schräg nach unten heraus. Wir nehmen uns den neuen Carbonblockfilter zur Hand und entfernen die Schutzkappe. Mit dem Label nach links zeigend führen wir den Filter von unten in den Vorfilterkopf ein und drehen ihn um 90 Grad nach vorne. Anschließend lösen wir den Sedimentfilter und drehen auch diesen um 90 Grad nach links und ziehen ihn vorsichtig aus der Halterung heraus. Wir entpacken den neuen Sedimentfilter und entfernen die Schutzkappe. Auch hier setzen wir den Filter mit dem Label nach links zeigend von unten in den Vorfilterkopf ein. Wir drehen den Filter um 90 Grad nach vorn, sodass abschließend beide Label der Filter nach vorne zeigen. Wir setzen den Schwamm zurück in den Aquastop und schließen den Deckel, befestigen die Blende am Gehäuse und setzen die Anlage wieder zurück in den Unterschrank. Wir öffnen jetzt wieder den Kaltwasseranschluss unter der Spüle und setzen den Netzstecker in die Steckdose zurück. Die Anlage ist jetzt wieder betriebsbereit. Hat dir das Video geholfen, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen und dass du unseren Kanal abonnierst.